Ihr wollt keine 20, 30 Euro oder vielleicht sogar noch mehr Geld ausgeben, nur für eine Train Sim World Strecke, die ihr dann am Ende sowieso nur ein paar Stunden spielt? Dann habt ihr hier euch genau das richtige Video ausgesucht, denn ich habe eine Liste zusammengestellt aus drei vor allem deutschsprachigen Strecken, die ich im Nachhinein nicht mehr so kaufen würde. Ich würde sagen, ihr könnt mir gerne noch folgen für mehr solchen Content und los geht's. Für den dritten Platz sind wir hier auf einer Strecke, die vermutlich den meisten TSW-Spielern bekannt ist, und zwar der Mainz-Bessert-Bahn. Diese gehört mit zu den ältesten deutschen DLCs, weshalb ich sie auch nicht ganz so hart bewertet habe, wie die neuen DLCs allerdings trotzdem noch ungefähr vergleichsmäßig. Da sie hier nur auf Platz 3, sag ich mal, gelandet ist, gibt es auch einige Vorteile im Vergleich zu den noch schlechteren Strecken und der, der vermutlich am meisten ins Auge sticht, ist, dass es hier ein gutes Passagiersystem gibt. Also bei einigen anderen Erweiterungen ist es ja so, dass die Züge dann teilweise komplett leer sind. Das ist hier nicht der Fall, also tatsächlich, obwohl das eine ältere Strecke ist, ist das hier relativ gut gelungen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Fahrgast-Informationssysteme funktionieren. Das ist zwar bei allen anderen Strecken, die später kommen, noch genauso, allerdings muss man sagen, dass es zu Beginn diese hier nicht gab und die dann noch nachgepatcht wurden, was ja eher selten ist, weshalb ich das hier mit als Pro-Argument reingefügt habe. Die Probleme der Mainz-Bessert-Bahn werden einem dann vor allem ab dem Losfahren bekannt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal hier rechts oben in den Streckenmonitor schaut, sieht man, dass sich einige Geschwindigkeitsanzeigen überlappen. Ein weiteres Problem beim Streckenmonitor ist, dass, wie man jetzt zum Beispiel sieht, dass der sich einfach teilweise mittendrin ändert, was natürlich vor allem sehr störend sein kann, wenn man mit PZB oder so fährt und dann eine Zwangsbremsung bekommt. Was allerdings auch daran liegt, dass diese Strecke ja, wie gesagt, schon etwas älter ist und deshalb nicht alle neuen Features unterstützt und der Streckenmonitor kam ja erst vor ein, zwei Monaten oder so, weshalb das zumindest noch halbwegs verständlich ist. Kommen wir nun allerdings zum größten Negativpunkt und der fällt euch jetzt vielleicht schon auf, denn die Fahrzeuge wackeln auf der Mainz-Bessert-Bahn unglaublich. Also zumindest für mich ist es sehr schwer, hier entspannt zu fahren, wenn das Fahrzeug die ganze Zeit nach links, rechts, links, rechts wackelt und das ist ja nicht nur bei der 146-2 so, sondern bei allen anderen Fahrzeugen auch so. Wenn man zum Beispiel von außen guckt, dann sieht man auch, dass selbst die Passagierwagen nach links, rechts springen und wenn man dann schneller fährt und teilweise auch auf einigen sehr kurvigen Abschnitten, wird es dann noch schlimmer, also wo es dann fast nicht mehr zu ertragen ist, hier im Führerstand zu sitzen, weshalb es meiner Meinung nach der Platz 3 der schlechtesten deutschsprachigen DLCs ist. Allerdings muss man sagen, die kostet meistens nur ein paar Euro und da muss man eben abwägen, ob einen dieses Wackeln so sehr stört oder ob man einfach diese paar Euro investiert. Für den zweiten Platz auf dieser Liste der DLCs, die man sich eher nicht kaufen sollte, sind wir hier auf einer Strecke, die in Real Life relativ bekannt ist und zwar der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Die gehört ja mit zu den größten Pendlerstrecken in Deutschland und führt hier in Trainsim World von Bochum nach Duisburg. Tatsächlich werden auch relativ viele Fahrzeuge mitgeliefert, also hier die Baureihe 425, dann da drüben rechts die Doppelstockwagen mit Baureihe 146 und auch noch einige andere. Allerdings, wie man vielleicht jetzt schon sehen kann, hat diese Hauptstrecke ein großes Problem, vor allem wenn man schaut, wie es in Realität ist. und gerade ist es 6.27 Uhr und schaut euch mal bitte diesen Zug an. Schaut einfach mal, wie viele Leute da drin sind. Schaut euch mal den ganzen Bahnhof an. Vielleicht seht ihr es jetzt auch selbst. Das große Problem ist, was auch immer DTG hier gemacht hat, auf dieser Strecke ist im Prinzip nichts los. Hier sind vor uns zwei Fahrgäste eingestiegen, mehr befördern wir nicht. Und nochmal zur Erinnerung, es ist 6.27 Uhr, also eigentlich die Hauptpendlerzeit am Morgen. Und das ist eigentlich auch schon der einzige Grund, warum ich diese Strecke hier auf den zweiten Platz gepackt habe, weil dadurch ist die Realität halt schon sehr stark beeinflusst. An sich kann man hier schön fahren. Die Ausgestaltung an der Strecke ist jetzt auch nicht so das Beste vom Besten. Allerdings muss man sagen, sie ist auch oft im Angebot für 10 Euro oder so. Ja, aber wer sich wie gesagt dadurch stören lässt, dass hier keine Passagiere sind und ich lasse mich auf jeden Fall dadurch stören, dass hier gefühlt alles leer ist, dann kann ich euch die Strecke auf jeden Fall nicht empfehlen. Wie gesagt, ihr müsst eben wie auch bei der Strecke davor wieder abwägen. Wenn es sie für 4 Euro oder so gibt, dann kann man es noch machen. Aber im Nachhinein würde ich die auf jeden Fall nicht mehr empfehlen. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das inzwischen gefixt wurde, als ich die Strecke gekauft habe. Also ich glaube, ich habe die vor einem Jahr oder so gekauft, also schon einige Zeit nach Release. Allerdings hat Dovetail Games hier leider nichts mehr dran gemacht, weshalb sie hier meiner Meinung nach verdient auf dem zweiten Platz der schlechtesten DSDs im deutschsprachigen Raum gelandet ist. Ja, und für den letzten Platz auf dieser Liste der DSDs, die sich am wenigsten lohnen, sind wir nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz auf der Strecke S-Bahn Zentralschweiz von Luzern nach Sursee. Das hier ist gerade die S1 nach Sursee und der Bahnhof Luzern. Der ist an sich gut gestaltet. Und allerdings, wenn wir uns den Bahnhof hier anschauen, sehen wir mal wieder ein Problem. Und zwar, es sind fast keine Fahrgäste im Zug, genauso wie auf der Hauptstrecke Reinruhr. Ich habe das Gefühl, hier sind zwar etwas mehr unterwegs, allerdings eben trotzdem nicht mal annähernd so viele wie in Realität. Es ist zur Information gerade, glaube ich, kurz nach 17 Uhr. Und ein weiterer Negativpunkt ist, wie man hier sieht, es gibt nur diesen einen einzigen Fahrzeugtyp. Ihr könnt hier nichts anderes fahren, außer dieses Fahrzeug hier. Das kann man dann zwar noch in Doppeltraktion fahren, aber es gibt hier wirklich sonst nichts anderes, keine Diesellokomotive oder so, ihr könnt nur das fahren. Und auch wenn ihr andere DLCs besitzt, kann man aktuell nur dieses Fahrzeug fahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das in Realität ist, da ich dort nicht wohne. Allerdings kann ich mir durchaus vorstellen, dass man hier vielleicht den Talent 3 oder so einbauen kann oder irgendwas, was zumindest etwas Abwechslung bringt. Allerdings den Haupt-Negativpunkt, den habe ich tatsächlich noch gar nicht genannt. Den werdet ihr gleich sehen. Ja und schon bei der Ausfahrt hier aus dem Bahnhof Luzern wird vermutlich einigen bereits etwas auffallen. Und zwar das hier vor uns. Also man sieht hier wirklich gar nichts. Und das ist auch ein riesiges Problem der Strecke. Ihr könnt im Prinzip alle Fahrten ab ungefähr 16.30 Uhr oder so, je nach Jahreszeit, nicht mehr nutzen, weil ihr wirklich auf der Strecke, ihr seht gar nichts mehr. Obwohl hier teilweise Lichter sind und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es schon so dunkel ist. Vor allem da oben, diese Metalldinger, die sind beleuchtet. Allerdings auf der Strecke sieht man gar nichts. Und ja, wir haben Frontscheinwerfer. Die haben allerdings leider kein Fernlicht, weshalb die auch nicht heller gehen. Und ja, das ist eben, auch wenn man dann weiterfährt, es ist einfach unheimlich dunkel auf dieser Strecke. Weshalb es außerhalb der Hauptverkehrszeiten, nicht Hauptverkehrszeiten, sondern außerhalb so von wahrscheinlich 8 bis 16.30 Uhr, hier keinen Spaß macht zu fahren, da man nichts sieht. Zudem hat es eben noch die Nachteile von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr, dass das Fahrgastsystem hier einfach kaputt ist, sag ich mal. Und dass es nur ein Fahrzeug gibt. Weshalb die Strecke S-Bahn-Zentralspeiz, meiner Meinung nach hier auch verdient auf dem letzten Platz gelandet ist. Da hier einfach sehr viel fehlt. Und ich würde die, glaube ich, nicht mehr für 4 Euro oder so kaufen. Und das Problem ist, die Strecke kostet ja noch nicht mal 4 Euro oder so. Also ich glaube, die kostet selbst im Angebot noch 15, 16 Euro oder so. Weshalb ich diese Strecke euch auf jeden Fall nicht empfehlen würde. Bei den anderen müsst ihr, wie gesagt, abwägen. Allerdings diese auf jeden Fall nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen, einen Fehlkauf vielleicht zu verhindern. Falls ja, dann freut mich das auf jeden Fall sehr. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und falls nicht, könnt ihr auch gerne Feedback geben, damit ich meine Videos in Zukunft verbessern kann. Außerdem könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr noch ein Video zu den Strecken, die sich meiner Meinung nach am besten für ihren Preislohn machen soll. Das kann ich auf jeden Fall machen, falls es da Bedarf gibt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Ciao.